Wir sind jetzt hier auf einem Zuchtbetrieb. Hier werden ganz tolle Kälber gezüchtet. Man sieht schon, was für wunderschöne Tiere das sind. Wir haben ja schon über meinen Vater immer regional eingekauft. Das hat eigentlich große Tradition. Mein Vater war früher Hausschlachter, ist also vom Hof zu Hof gezogen, hat da Schweine geschlachtet, manchmal auch ein Rind. Und diese Tradition, die konnten wir dann nachher in unserer Selbstständigkeit sehr gut anbringen. Wir haben die Kontakte zu den Bauern gehalten. Und bis heute ist das so. Gerade wo ich auch heute hier stehe, muss ich sagen, gibt es eine sehr, sehr langjährige Geschäftsbeziehung über Generationen, über zwei Generationen. Und ich hoffe, das geht auch noch sehr lange so weiter.